werkstatt so wie wenn man ein paar pfeile machen ich will kann hier machen schön gleich 200 stück hause gibt es ja auch kann man ja auch herrschte es dauert alles noch ein bisschen hier markt für uns kummer stockbett mit himmelblauen lagen ist das nicht traumhaft oder ein doppelbett das dauert also noch ich glaube mark macht eher handwerk als ich wo muss ich denn jetzt hin wir wollten jetzt da hinten hingehen kann trotzdem laufen sehe ich gerade kann ich die karte und auch untransparent waren so also nicht also mehr transparent sage ich ist natürlich cool ja sperrexperte ok erzählt lager brauche ich jetzt nicht da hinten müssen wir hin das sind die gegner bestimmt nicht stufe 6 gut frau schmotz siedler aber man sieht sogar die dings die gilde und den rang ok hausbesitzer in in von hausbesitzerin von königs fels ok aha ein haus kriege auch bald mit stufe 15 oder so nach gebiets ruf sehe ich jetzt gar nicht schade jetzt schade schade stein ganz wichtig hier scheint viel feuerstein zu liegen oder ist das feuerstein das ist gut klein paar mit so ist echt viel war das ist gut hier weiß ich schon mal dass ich die her bekomme aber habe ich hier eigentlich nicht damals ein lager hingebaut verschwindet das wieder oder was schilfkime fischerei guck mal hier ist stufe 8 auf einmal quest stufe 6 es gibt die stufe 8 es war so klar so sprung tritt kritische treffer chancen klingt gut ganze lager von anderen nehmen ok muss ich hier machen muss sie nur töten scheint so war ok 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 er mich gerade trotzdem getroffen ich kann nicht nach oben stechen aber ich kann nach unten werfen alles klar stirbkartoffel noch drei stück probierend lager schön also in kisten siehst du brauch gar kein handwerk zu machen ich brauche nur die kisten zu looten so ein soviel und dann ist von der andere seite runter wenn wir jetzt eigentlich schon in richtung dahin laufen diese kleen fusseln hier dran der nase so ein obst kopf Haha. Gut. Ähm. Oh. Neue Kleidung bekommen. Ja, leichtes Beinkleid. Gut. Und leichte Handschuhe. Oh. Schön. Jetzt bin ich wieder auf Mittel. Jetzt mache ich wieder wenigstens 10% mehr Schaden. Was ist das? Verstärkte Musketenanhänger. Heilende Haftbombe. Lol. Was ist denn eine Haftbombe? Muskete oder was? Pulver. Schützenhaltung. Wichtiger Schutz. Ah, hier Fallen. Okay. Haftbombe hier. Cool. So langsam kriegt man hier Zeug. Aber weißt du, was mir so fehlt in diesem Spiel? So eine Mini-Karte irgendwie. Eine Mini-Map fehlt mir noch. Aber hier ist echt viel, ne? Viel Feuerstein. Ganz viele Fretz sind hier. Was war das? Was war das? Hexer-Jägerhut. Hexer-Jägerhut. Cool. Mittlere Kopfbedeckung. Jawohl. Oha. Feuerstab. Willst du einen Feuerstab haben? Ein grüner Feuerstab. Wenn du willst, musst du herkommen. Hast du es schon? Besseren? Brauchst du ein Rappier-Jägerhut? Ich habe noch keins. Fachposten in Sinien. Okay. Also wenn du das nicht brauchst. Ich brauche den Stab auch nicht. F1, ja. Okay. Was heißt denn einsperren? Danke. Du blöder Sack. Wir sind hier gerade beim Handeln. Du spinnst wohl. Vielleicht sollte man mal ein bisschen da hochgehen. Aber wieso kann man Rappier nicht mit Schild machen? Das verstehe ich nicht. Danke. 183, okay. Schildplatz. Wir raten haben auch kein Schild. Ja, okay. Aber irgendwie ist viel zu zwei in Händen da so. Irgendwie. Cool. Leute. Okay. Feste Lederstiefel. Das ist schwer. Ja, brau ich, nee. Jetzt kriege ich einen Speer. Einen grünen Speer. Ich kriege das kurz, Alter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was muss ich überhaupt hier machen? Ach, sie ist noch ganz weit entfernt. Von dem, wo wir eigentlich hin müssen. Was macht der hier? Das Rappier ist übelst schnell. Das ist toll. Okay. Ich muss sagen, hier sind echt viele Truhen, oder? Das ist schon krass. So, sind wir jetzt richtig? Ja, einmal geradeaus und dann sind wir richtig. So, jetzt müssen wir irgendwas, was müssen wir machen? Und ertrunkene, okay. Einfach nur ertrunkene töten. Schubs ihn vom Bord! Was macht er denn da? Ah, hat fast geklappt. So viele Truhen hier, ey. Oh, ich bin sogar schon fertig. Das war's schon. Wir können eigentlich denn schon wieder zurück. Oh, jetzt kriege ich ein grünes Radbier, ey. Aber ist leider schlechter. Was denn jetzt? Was möchtest du mir denn geben? Hä? Weiß ich, ob das besser ist. Mal gebunden. Okay. Ich glaube, das grüne ist besser. Ja. Okay. Der Kettenblitz hier drauf, okay. Alles klar. Hier habe ich schon mal ein Level. Oh, Bluten. Das ist immer nett. Ausweichen. Okay, Bluten. Bluten ist immer geil. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass er das kann. Oh, da ist noch ein Buch. Oder sowas. Oh, ein Zettel. Oh, ich bin im Sprach-Chat. Ah, ah. Ich bin im Sprach-Chat. Warte mal. Es muss irgendwie eine Gruppe ein Sprach-Chat sein. Komm ein Sprach-Chat an. So, warte mal jetzt. Hallo, hallo, hallo. Hörst du mich jetzt? Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Warum läuft der? Kann er nicht schwimmen, oder was? Alter, was? Was ist das? Das ist das erste Spiel, wo ich sehe, dass man nicht schwimmen kann. Oder zumindest, wo noch nicht mal eine Animation da ist. Okay. Ein Schiffbrüchiger sollst du wohl nicht schwimmen können. Alles klar. Ah! Ah! los was los wird los ganz komisch ich habe dich gerade gehört aber ganz ganz komisch war es noch mal sie anders als wirst du ins mikrofon schreien ja also ich höre ich jetzt auch okay gut es ist ganz ganz komisch ja wahrscheinlich die einstellen zu hoch warte mal kommunikation hier wahrscheinlich ausgabe lautstärke 50 kopf lautstärke 50 so besser wie immer noch so laut du bist es aber nur leise aber genau halt dieses kratzen und jetzt besser hallo 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 aber aber kratzig immer noch ja ich glaube das ist damals vom spiel ich glaube die haben es nicht so drauf na gut ein level okay ist immer gut die kann so weit werfen oder was hier los so oh ein eisenfeil wow was alter was ist das denn ich kann den nicht mehr abschießen mit dem pfeil wenn der hoch hält also wenn er blockt deswegen also pfeil und bogen ist hier nur wirklich sekundär waffe ja 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 Oh Okay Wo müssen wir überhaupt hin? Okay, schwimmen können wir nicht Also müssen wir da oben wieder lang, alles klar Zack Ich habe ihn voll von hinten erwischt Gut ist, dass man durch andere Spieler durchschießen kann Mensch Also Treffen muss ich echt noch üben Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich mich nicht heile Ich habe kein Essen mehr drauf gehabt Okay Okay Bei 10% mehr Schaden Die machen ganz schön was aus So Darüber Teufels Die machen so Bis zum nächsten Mal.